CMT 2023, wir stehen jetzt bei Weinsberg und haben hier noch einen ganz schönen Bulli gefunden. Ein Reisemobil auf einem VW-Bulli. Der Excursion Van 500 LT. Ab 80.990 Euro zu haben. Mit einer Gesamtlänge von nur 5,88 Meter und einer Breite von 2,16 Meter. Eine Innenstehhöhe von 2 Meter. Und die Höhe außen ist 2,91 Meter. Zulässiges Gesamtgewicht haben wir hier 3.200 Kilo. Im fahrbereiten Zustand 2.730 Meter. Je nach Ausstattung natürlich. Das ist ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug. Es hat auch nur 2 eingetragene Sitzplätze. Wir haben hier oben eine schöne Thule Omnistormarkise. Eine Rückfahrkamera. Volle Drückleuchten, also LED. Der Weinsberg hat auch eine Heckgarage. Ist jetzt ein bisschen anders, wie man das gewohnt ist. Ihr seht ja auch nachher, dass es der Inneneinrichtung so angepasst wurde. Aber man kann ja noch komplett bis hinten durchladen. Also Ski und Tisch und Stühle, das passt ja alles rein. Man kann ja auch das hier runter machen. Kann man das auch noch so beladen. Kassettentoilette, Gasfach. Gasfach, ja. Und noch eine Stauklappe haben wir hier. Da befindet sich der Frischwassertank. Und die zwei Absperrlinen für Grauwasser, Frischwasser. Das Ganze ja auch hier, OVW. Dann gehen wir mal rein. In das Schmuckstück. Wir haben hier die Küche gleich am Eingang. Und zwar der schöne Dometic-Kühlschrank. Der sieht von beidem aus? Sehr gut von außen. Natürlich auch prima von innen öffnen lässt. Auch ein schönes Gimmick ist hier, sind die Regale mit diesem Rausfallschutz. Wo man alle Utensilien, die man draußen schnell benötigt, verstauen kann. Eine Garderobe am Eingang. Hier eine kleine Küchenzeile mit einem Dometic. Zwei Flammenkocher. Und ein kleines Spülbecken. Zwei Stauklappen drüber. Einfach eindrücken, aushägen. Und die sind wirklich tief. Das ist ein richtig schönes Zwei-Personen-Fahrzeug. Ohne dass man sich einschränken muss. Hat man hier wirklich alles. Hier ist also ein Kühlschrank hier. Dann haben wir hier noch eine Besteckschublade. Noch zwei große Schubladen. Zwei tiefe Schubladen. Nein, das ist keine Schubladen. Entschuldigung. Da ist ein Befühlschrank dahinter. Da passen höchstens noch ein paar Flaschen davor. Am Eingang ist auch noch ein... Ach, da kommt man zu dieser Garage also. Genau. Man kommt auch also von innen an der Garage. Die ihr vorhin von außen gesehen habt. Und da ist dann auch die Leiter an der Tür. Die ihr nach vorne fürs Hubbett braucht. Das kann ich gleich mal zeigen. Also die ist also schön aufgeräumt an alles. Ja, schön aufgeräumt. Ist am Tagsüber auch nicht im Weg. Und schaut mal. Eine Face-to-Face-Sitzgruppe hat man hier natürlich. Das ist bei einem Fahrzeug unter sechs Meter. Klapp mal den Tisch hoch. Ich weiß nicht, wie das... Ach, den kannst du noch verschieben. Ach, das macht man hier rein. Das unter und dann klappt das nach unten. Dann kannst du besser durchlaufen nach vorne. Dann kannst du hier perfekt durchlaufen. Setz dich mal in den Beifahrersitz. Ja, hier kann man schön Fernseher gucken. Hier ist nämlich gleich der Fernseher. Mega. Ja. Mega. Sehr, sehr schön. Ein Bett haben wir hier natürlich auch. Einfach runter. Ziehen. 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 Fertig. Das geht ja rasant. Matratze umklappen. Und dann hier in der Garage befindet sich die Leiter. Hier einhängen. Das ist quasi ein Längsschläfer. Man könnte... Hier geht es eine Stufe nach unten. Man könnte sogar noch hier drunter sitzen. Krass. Falls einer länger schlafen möchte, kann der andere jetzt schon seinen Kaffee genießen. Also das würde auch gehen. So viel Platz in so eine große Sitzgruppe auf so einem kleinen Raum eigentlich. Das merkt man hier gar nicht. Das Bett ist den ganzen Tag so schön aufgeräumt. Du musst da unten den Hebel wiederziehen. Ah, okay. Den, den du vorhin aufgezogen hast. Jetzt ist es ganz unten. Ach, jetzt ist es ganz unten. Seht ihr? Wir machen das auch zum ersten Mal. Und jetzt soll ich den wiederziehen? Ach, das ist gar nicht so schwer. Ja, perfekt. Die Matratze muss ja wieder rumklappen. Genau. Das ist gar nicht schwer, wenn man weiß, wie. Alles in Ordnung. Hier haben wir links und rechts noch zwei schöne Regale. Und Lichtschalter. Wir haben auch Verdunklungsrollofliegengetar. Natürlich alles. Das ist ja heute schon alles Standort. Das ist da. Sogar das Verdunklungsrollof von unten nach oben. Ja. So können wir das auch zur Hälfte machen. Perfekt. Schöner Vorhang. Bequeme Sitzpolster. Andere Seite das gleiche Spiel. Hier oben haben wir so eine kleine Tasche. TV. TV. Das ist relativ groß, der TV. Also ein Bad haben wir hier natürlich auch. Das darf man ja nicht vergessen. Hier haben wir die Dometic-Kassettentoilette. Mit genügend Beinfreiheit hier drin. Hier haben wir eine kleine Stauklappe. Hier haben wir eine kleine Stauklappe. Einen großen, einen wirklich großen Schrank, ja. Gerade oben haken. Dachluke. Und duschen möchten wir natürlich auch unterwegs. So. Einfach rumschwenken. Klappe rum. Dusche fertig. Geh mal rein. Stell dich mal rein. Ah, jetzt habe ich gerade gedacht. Also einfach so nach hinten klappen, dann bleibt es auch so. Ja. So. Wir befinden uns in einem Fahrzeug von unter 6 Meter, das man hier nicht sagen kann. Ich habe hier Platz ohne Ende in der Dusche. Aber sie ist absolut praktikabel. Nach oben ist genügend Platz. Hier hat man genügend Möglichkeiten. 25 Zentimeter, ja. Hier noch so ein Duschgel und Shampoo. Es wäre hier noch mehr Platz. Das Fahrzeug ist halt der Radkasten. Hier oben gibt es auch nochmal einen Abfluss. Auf der Länge ist es halt schwierig. Aber man kann hier duschen und das reicht völlig aus. Einfach wieder einklappen. Wieder zurück. Und so. Die Brause lässt sich rausziehen. Okay. Alles drin, alles dran, was man benötigt. Schiebetüre. Praktisch. Und Kleiderschrank gibt es natürlich auch noch. Das sind noch die zwei Polster. Aber du kannst das hier noch zum Bett machen. Ich habe draußen gelesen, nur zwei Schlafplätze. Wahrscheinlich optional, denke ich mal, dass man das machen kann. Ja, das ist jetzt ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug, weil hier fehlt ja der Anschnallbord. Der Link zum Hersteller findet ihr in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das mal genau nachlesen. Aber da hier noch zwei Polster drin sind, gehe ich mal ganz so stark davon aus, dass man hier auch irgendwas noch mit anstellen kann. Also ein Bett hier in der Dinette. Dann kommen wir zum Ende von der kleinen Romtour. Genau, nochmal die ganze Technik. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommen wir da auch ran. Ganz einfach. Du musst kein Polster wegmachen, nix. Du musst einfach nur hochklappen. Einfach hochklappen. Staumöglichkeiten sind also auch genügend vorhanden. Also wir bedanken uns fürs Zuschauen. Aber vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig. Und schenkt uns auch ein Like. Da freuen wir uns auch. Über Kommentare freuen wir uns auch. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.